Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon grüßen Sie Yilong Huang und Chou Bi Hui. Die Oppositionäre Kuomintang-Partei hat am 24. November ihren 127. Gründungstag gefeilt. Jahrzehntelang war Kuomintang die größte Partei oder einzige Partei Taiwans und hatte über eine Million Parteimitglieder gehabt. Und seit fünf Jahren ist die Kuomintang in der Opposition und hat nur noch knapp 300.000 Mitglieder. Darunter gibt es nur 9.122 Mitglieder, die jünger als 40 Jahre sind. Und die Kuomintang steht nun vor ernsthafter Krise, nämlich die Kuomintang wird kaum noch von den jüngeren Menschen unterstützt. Ja, bevor wir weiter auf die Probleme, denen sich die Kuomintang gegenüber sieht, will ich vielleicht hier mal kurz auf die lange Geschichte der Kuomintang eingehen. Sie sieht ja im Augenblick nicht ganz so gut aus hier in Taiwan, aber sie hat eben eine sehr lange Geschichte hinter sich. Und es ist ja nicht häufig so, dass es so eine alte Partei so lange gegeben hat und so viele Wechsel durchgemacht hat oder schwere Herausforderungen überstanden hat. Und deshalb will ich ganz kurz mal so einen kleinen Überblick geben, wobei ich vorschieben möchte, dass diese Geschichte halt sehr lang und oft sehr kompliziert ist. Das heißt, was ich hier so erzähle, ist nur ein ganz kurzer, grober Überblick und viele Leute denken vielleicht, oh, da hat er das vergessen oder das vergessen. Aber wenn ich jede Details hier ausführen würde, würde das unsere Zeit sprengen, so ein bisschen. Immerhin hat die Kuomintang schon 127 Jahre Geschichte und wir können natürlich nicht über alle Einzelheiten in den Jahren sprechen. Nee, das schaffen wir nicht. Richtig. Also tatsächlich der Vorläufer, die eigentliche Kuomintang, beziehungsweise als die Kuomintang diesen Namen angenommen hat, das war erst 1912. Aber ihre Vorläufer, der Gründer der Kuomintang, hat schon eben 1894 und zwar am 24. November eine sogenannte Xinzhonghui, auf Deutsch kann man das so ungefähr übersetzen mit Gesellschaft zur Wiedererweckung Chinas, wurde gegründet und zwar von Sun Yat-sen, der eben allgemein als Vater der Republik China bekannt ist und auch als Gründer der Kuomintang bekannt ist. Und auch in der Volksrepublik China wird er auch als Staatsgründer bezeichnet. Und damals befand sich Sun Yat-sen im Exil in Hawaii oder auf Hawaii und deshalb wurde die Gründung eben dort durchgeführt und deshalb wurde diese Xinzhonghui dort gegründet und man hat in all den Jahren tatsächlich gar nicht so viele Mitglieder gehabt, sondern so 500. Das Ziel dieser Xinzhonghui war eben die Fremdherrschaft der manchurischen Kaiser oder das Kaiserhaus der Qing zu beenden, dann eine Republik zu etablieren und der Schwächung Chinas durch imperialistische Staaten entgegenzutreten. Also damals waren ja einige der westlichen und auch westlichen Mächte und auch Japan hatten Kolonien oder Niederlassungen in China und das wollte man eben beenden. Also wie gesagt 1894 die Gründung der Xinzhonghui und dann 1905 schloss sich dieser Xinzhonghui mit anderen Gruppen zusammen zur Tongminghui. Das kann man etwa so mit Bund der Revolutionären Allianz übersetzen. Diese hat dann wiederum diese Xinhai-Revolution, die dann im Herbst 1911 begann, unterstützt und die dann darin endete, dass dann tatsächlich die erste chinesische Republik am ersten Januar 1912 gegründet wurde. Sun Yat-sen wurde zum ersten Präsidenten der neuen Republik gewählt als provisorischer Präsident, aber ihm fehlte die militärische Macht und deshalb gab er das Amt an Yuen Shikai ab, an einen gewissen Yuen Shikai ab, was sich als leider eine kleine Fehlentscheidung herausstellen sollte später. Aber es gab zumindest am Anfang gab es eben Wahlen, ja es war in der Republik und da sollten eben doch Wahlen stattfinden und deshalb hat sich dann die Tongminghui wiederum mit anderen Gruppen zu Guomindang zusammengeschlossen. Und das war dann eben 1912 und zwar am 25. August. Und die sind dann zu den ersten nationalen Wahlen im Dezember 1912 angetreten und haben da eine große Mehrheit gewonnen. Das hört sich ja ganz toll an bisher. Ja, aber da kommt dann unser Yuen Shikai ins Spiel. Der wollte nämlich tatsächlich keine Republik führen, sondern der wollte selber Kaiser werden oder selber der neue Kaiser werden und hat dann das Parlament ja zunehmend ignoriert. Als dann einer der Gründer, der wichtigsten Gründer der Guomindang ermordet wurde, ein Sung Hyang Ren, da hat dann Sun Yat-sen und Mitglieder der KMT versucht, Yuen Shikai zu stürzen. Das hat aber nicht geklappt und viele der KMT-Mitglieder mussten dann wiederum ins Ausland fliehen. Sun Yat-sen hat dann aus dem Ausland heraus versucht, eben da weiter zu arbeiten daran. Und 1919 hat er dann die KMT in China wieder zum Leben erweckt und diesmal hat er dann Unterstützung von der Sowjetunion erhalten. Das ist ganz interessant, wenn man denn die weitere Geschichte betrachtet. Er hat tatsächlich Unterstützung von der Sowjetunion erhalten und damals hat man mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammengearbeitet noch. Da gab es dann so eine gemeinsame Front. Interessant, Chiang Kai-shek wurde dann sogar nach Moskau geschickt. Also Chiang Kai-shek spielte damals schon in der Guomindang eine gewisse Rolle und er wurde nach Moskau geschickt, um militärische und politische Studien durchzuführen für die Guomindang. Leider im Jahr 1925 stirbt dann Sun Yat-sen und Chiang Kai-shek übernimmt die Führung 1926 der Guomindang. Das hört sich jetzt einfach an, aber in der Zwischenzeit gab es noch viele Komplikationen. Es gab natürlich Kämpfe oder Auseinandersetzungen, um wer die Führung übernehmen soll. Letztendlich hat das Chiang Kai-shek dann geschafft. Ja, auch die nächsten Jahre sind kompliziert und es passiert halt sehr, sehr viel. Wie gesagt, das ist dann nur eine verkürzte Fassung, was dann passiert. Also Chiang Kai-shek und die Guomindang, die führen dann einen Nordfeldzug gegen die Warlords, also regionale Kriegsherren, um eben das Land wieder zu vereinen. Dieser Feldzug ist zwar letztendlich erfolgreich, er schafft es halt, China mehr oder weniger zu vereinen, aber er kommt immer noch nicht zur Ruhe, denn es kommt dann auch jetzt zum Bruch mit der kommunistischen Partei Chinas. Dem meisten ist bekannt, dass Chiang Kai-shek in Shanghai halt 1927 viele Kommunisten verhaften und töten lassen hat. Aber schon vorher gab es einen Bruch mit der kommunistischen Partei und dem linken Flügel der Guomindang, die halt selbst eine andere Regierung ausrufen wollten. Dann 1937 kam es zum offiziellen Krieg gegen Japan, die zwar schon vorher dafür Unruhen in China und in der Manchurei gesorgt hat, aber 1937 ging es offiziell los. In der Zeit befand sich Chiang Kai-shek mit der Guomindang schon in einer Art Bürgerkrieg mit den Kommunisten. Und wenn ich das richtig verstanden hatte, war er schon ziemlich nah daran, eben die Kommunisten zu besiegen oder auszumerzen. Wird dann aber von seinem, seiner Generale, Zhang Shui Liang, gefangen genommen, in dem sogenannten Xi'an-Vorfall und wird dann gezwungen, den Kampf gegen die Kommunisten zu stoppen und gemeinsam mit den Kommunisten gegen Japan zu kämpfen. Dann für die nächsten Jahre bis 1945 kämpfen die tatsächlich mehr oder weniger gemeinsam. Und 1945, ja wissen wir alle, der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Japan muss kapitulieren und zieht sich aus China zurück. Und gleich darauf beginnt dann aber der Bürgerkrieg zwischen Guomindang und den chinesischen Kommunisten weiter, die dann eben mit der Niederlage der Guomindang und Chiang Kai-shek endet 1949. Und die meisten wissen wahrscheinlich, Chiang Kai-shek hat sich dann nach Taiwan zurückgezogen. Ja genau, also wie gesagt, als die Guomindang mit den Chiang Kai-shek-Truppen nach Taiwan kam, da war ja 1949 und in den darauffolgenden 38 Jahren wurde Taiwan dieses Kriegsrecht verhängt. Also man hat ja 38 Jahre lang unter dem weißen Terror und daran sind viele Menschen gestorben und vier Verletzte und so weiter. Und das war natürlich sehr unangenehm und eine sehr negative Vergangenheit. Aber trotz aller dieser Vergangenheit hat die Guomindang überraschendweise alle diese Krise überlebt. Und wie du vorhin darauf hingewiesen hast, dann konnte die Guomindang sogar noch zwischen 2008 und 2016 Taiwan regiert. Also von einer Autoritärpartei hat sich dann zu einer demokratischen Partei entwickelt. Und außerdem, diese Partei ist nicht einfach dann verschwunden geworden, sondern konnte auch die Unterstützung der meisten Taiwaner gewinnen und so, dass die Guomindang, wie gesagt, zwischen 2008 und 2016 an dem Markt. Die Guomindang ist jetzt schon seit fünf, sechs Jahren in der Opposition, aber immerhin hat die Guomindang noch sie.